Wir haben drei Bars auf dem Weg nach unten. Leider müssen Sie Ihr eigenes Bier kaufen, aber es gibt noch viel Bier später. Und wir haben einen Surpreisbar, wo Sie auch ein paar Goodies haben. Das sind zwei Busen oder zwei Titten. Das bedeutet, hier dürfen nur Frauen nach dem Weg suchen. Wir Männer müssen warten und warten darauf, bis die Frauen den richtigen Weg gefunden haben. Dann geht es weiter. Das sind die Seine. Für den Wolf. Für den Wolf. Cut. Und ich war so, wie ... Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Nein, es ist sehr leicht. Irgendwie hängt es hier an der Bar. Die sind ein bisschen überrascht, dass plötzlich 20 durstige Seelen ankommen und das Bier scheint nicht so schnell zu laufen, glaube ich. Das ist wunderbar. Doch, doch. Cheers! 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 Toad! 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 Is she bringing another tray? Get your back. Ah! Toad! 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 Mein Name ist Automatic Balls. Automatic kommt von meinem Auto. Und das Balls kommt daher, da ich im Winter getauft wurde, hatte ich sehr enge Hosen an. Und it was pretty easy to see. Everything. So. Okay. Ich muss weiter, glaube ich. Das sind die Walkers. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Bierstopp. Immer lächeln, immer lächeln! Wie heißt du? Hot and wet. Ja. Ganz einfache Erklärung. Wenn ich laufe, dann komme ich immer zurück, bin total nass geschwitzt und mein Kopf ist rot wie eine Tomate. Also eigentlich gar nicht schlimm, aber hört sich schlimm an. Hanseatic Slut. Ganz einfach. Weil ich aus Hamburg bin und Hamburg eine hanseatische Stadt ist und es dann in Hamburg die Reeperbahn gibt. Und da gibt es Lutz. Auch sehr harmlos. Is everybody happy? dezenlos! Ja, wir haben sich zuerst ja noch im eigentlichen Haus Dit und ich Ja, es ist sehr schön, wir haben Booby Jacks, so die Männer möchten, dass wir alle Boobies haben. Aha. Ja. Und? Ist das okay? Ja, es ist sehr gut. Die sind alle so nett. Ich bin der Meinung, dass es definitiv einmal, wenn man beim Hasch dabei ist, dann ist es süchtig. Man kann, egal welchen Land das man ist und welcher Großstadt, hat man überall im Hasch. Es ist der Spaß an der Sache, die Gemeinschaft, aber man macht das zum Sport. Und? Ja. 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 Ja.